Oksana, du hast da einen Fleck vergessen. Ach, wenn ich nur die Leiterin dieser Ballettschule wäre, dann wäre alles anders. Wenn ich nur die Leiterin dieser Ballettschule wäre, dann wäre alles anders. Marina, aufstehen! Ich komme ja schon! Ich möchte wirklich in die neue Schule nach Stuttgart fahren, aber ich werde dort alle meine Freunde vermissen. Und was, wenn Oksana dann böse auf mich ist, weil ich die Schule verlasse oder die anderen Mädels dann einfach keinen Kontakt mit mir haben möchten? Hallo, guten Tag! Hallo! Hallo, guten Tag! Guten Tag? Guten Tag! Guten Tag! Hallo! Guten Tag! 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 Kaffee? Kaffee Zumindest Kaffee Hallo, Lina Kaffee Surprise Musik 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 Endlich ist Alina weg Jetzt gehört ihr zu mir Ich werde damit so schön aussehen Mein Kostüm Nein, es ist meins Geh nach Hause Hallo Mädels, was ist hier los? Oh nein, nicht das die Tür Mina Du bleibst jetzt hier sitzen Musik 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 Wirklich? Meins? Ja Das ist so cool Applaus Ja Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du kannst dir jetzt etwas wünschen und die Luftballon steigen lassen. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg zur Prima Ballerina. Hallo? Ist jemand noch hier? Hallo? Hallo?